Äh, siehst du was da rauskommt? Kleiner! Nononono, nicht mehr offen, nicht mehr offen! Ich bin nicht mehr offen! Hallo! Ach du Scheiße! So, dann hätten wir noch eine andere Möglichkeit! Mach das nicht auf, was da rauskommt! Ich werde nicht mehr froh! Aua, aua! Der putzt vor mich hier! Der hat mich gepikst! Ich bin vergiftet! Ich bin auch vergiftet oder sonst was! Boah, hier klingt alles wie tausend Frösche um mich herum! Da ist ja auch ein ultra exhausting Scorpion of Stalking drin! Alles klar! Stalking auch gleich mal! Ja! Ich glaube, wir hätten vielleicht doch nicht... Machst du denn nicht? ...alle drei Spawner spawnen lassen sollen! Wie wolltest du es noch verhindern? Ja, vielleicht zwei vorher abbauen! Langweiler! Wow! Ich komme mal wieder zu dir gerannt! Mal meine Leiche aufsuchen! Ach du bist gestorben? Hm... Ganz unerwartet! Unerwartet! Oh! Stampelt! Essen! Essen! Boah, das ist so heftig! Völlig krank ist das ja! Weißt du, wenn das hier nicht so viele kleine wären... Ich habe das Gefühl, es werden auch immer mehr! Es werden gar nicht weniger! Ja, deswegen... Sobald ich den anschieße, kriege ich hier Vergiftung oder wie? Hm... Hm... Warte, wir brauchen eine Taktik! Ja! Okay! Protection 3, Fire Protection 2, Blast Protection X... Wir brauchen, glaube ich, stärkere Rüstung! Ja, warte, ich ziehe mir mal stärkere an! So! Hm... Vielleicht sollten wir hier... Vorab doch, äh, uns ein bisschen an Aliens wagen... Und nicht gleich an die voll heftigen Mobs, ne? Na, jetzt haben wir hiermit angefangen, jetzt machen wir das auch fertig, komm! Aber wie? Wir sollten vielleicht erstmal die Spawner kaputt machen, ne? Wieso meinst du, kommen sonst immer wieder neue? Ja! Oh, ich glaube, das ist doch so groß, dass die rauskönnen! Nein, noch nicht, okay! Oh, ich bin out of batteries! Und die Skorpione pieksen mich auch schon wieder alle! Das ist schrecklich, oder? Da kommt auch noch so ein Lurking Terror, ne? Out of redstone rods! Ich hab nix mehr! Wo kommt jetzt ein Kleinviecher her? Äh, ich glaube, dass die aus dem Arsch der Großen kommen! Wow! War das ein Schlag! Äh, ich muss mal noch ein paar Batteries bauen! Mach mal ruhig! Ich weiß nicht, wo ich bin! Aber wir haben hier keinen Sand, ne? Äh, ne! Hier gibt's keinen Sand! Ähm, dann machen wir das anders, ich hab dort ja gerade irgendwo ein Thermitchen gesehen! Thermitchen oder eine Ameise? Ne, eine Ameise hier, meine ich doch! Dass ich zurückkomme! Hier war doch gerade... Irgendwo eine ist doch hier rumgelaufen! Komm raus! Komm raus! Du Sau! Dann nehm ich uns nämlich... Pass mal auf! Da ist schon wieder hier! Du zündest dich grad selbst an! Oh, ich bin nicht tot! Ich bin nicht tot! Ich bin nicht tot! Oh, ich lebe noch! Geil! Oh, ich lebe noch! Wo ist mein Boot? Oh, die Ameise gerade! Hier ist übrigens Wasser, ne? Geil! Ach, das kommt von der Plattform da oben! Ja, dann ist es nicht mehr lange da! Dann ist es gleich auch irgendwann! Äh... Aber das kann doch nicht sein! Ich hab doch gerade zwei, drei Stück gesehen! So bin ich hier schon wieder hochgeschmissen! Weiß ich nicht! Wahrscheinlich der Stachel von dem Skorpion! Ich hab auch im Rucksack keine Batterien mehr, oder? Nee! Oh, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt keine Ameise mehr finde! Geht's jetzt schon wieder so los, oder wie? Finde ich absolut uncool! Möchte ich mir nur mal kurz zurück und was holen? Und was ist? Nö! Hier! Ah, Stammbild! Jetzt wo ich eine gefunden hab, Stammbild! Ich hab auch Stammbild, aber jetzt hat mich ein Skorpion getroffen! Guck mal her! So! Einmal kurz zurück! So! Äh... Dreck haben wir da oben genug! Oh, da sind schon wieder Würmer des Grauens! Ab in die Wüste! Schaufel auspacken! Nehmen wir mal zwei Stacks Sand mit! Weil wir's können! Oh nein! Weißt du was? Doomed to fall? Jaja! Was heißt denn das? Bin zu dumm zum Fallen heißt das! Ach so! Okay! Doch vielleicht ein bisschen zu stark für uns! Vielleicht! Wann haben wir eigentlich aufgenommen? Äh, angefangen meine ich zu ausnehmen und so! Das ist ne gute Frage! Ich seh das doch nicht mit Dextory! Ja, ich mach auch Dextory! Gerade! Hm! Gute Frage! Ja, ne? Du Mist! Du Mist! Mann, jetzt lass mich den Graf schon aufheben! Also jetzt warte mal! Wir haben nicht pünktlich angefangen um elf! Das war glaube ich sogar nach halb zwölf, oder? Ja, ich glaub schon! Jetzt haben wir's eins! Aber ich muss ja... Wir haben halt ziemlich spät angefangen! Aber wir hatten noch folgende Besondersache, ne? Ich glaube ja! Mh! Zwei, vier! Wenn wir mal angefangen haben, ich renne mal eben zurück zu unserem kleinen Häuschen! Deee, dee, 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 dee! So noch ein Sticks Koppelstown! Dann müssten wir sogar noch zwei Sticks haben, oder? Gucken wir mal, ob wir uns die Kisten noch so hergeben! Was ist bei dir explodiert? Nein! Hm! Will ich dann wissen, was es war? Äh, lieber nicht! Okay! Da haben wir noch Cobblestone... Achja, Grill brauchen wir auch noch! Wieder was explodiert! Ja, ab und zu sind das aber auch die Würmer, die explodieren, ne? Hier, in der Dimension? Äh, nö, da hab ich noch keine Würmer gesehen! Siehst du? So, ähm... Gravel, Gravel, Gravel! Wo bekomme ich jetzt am schnellsten Kies her? Aus einer... Kiesgrube! Aus einer Kiesgrube! Kiesgrube! Nicht? Weiß ich nicht! Ich gucke gerade vielleicht... Brauch sowieso... Ach, da hätten wir doch schon Kies! So, äh... Hatte ich nicht mal sowas wie viel Licht? Oder vielleicht mal auch ein bisschen Platz hier im Inventar? Wahnsinn! Und wird überwärtet und so! Ach, das ist ja sogar ein Netherzaun, wo die Dinger drum herum sind, ne? Mhm! So, ähm... Das kann weg, das kann weg, das... Okay! Nicht? Oh, ich habe hier eine Extreme Torch! Die ist halt Extreme! Die leuchtet hier wirklich Extreme! Extreme! Optimus Prime! So... 35! Ähm... Also, hören wir 5 nach auf! Müssen wir was anderes machen, wie gesagt... Du musst... Der möchte nicht mehr mit mir spielen! Das kann auch sein! Ich würde mir merken! Ich habe dir doch heute ab 1 freigegeben, habe ich dir doch schon gesagt! Wie sich das anhört, ne? Deverplace, heute hast du ab 1 Uhr frei, weil ich noch was anderes machen möchte! Und nicht mit dir! Hat er wieder andere Termine! Wir haben noch wieder mit nichts! Ah, vielleicht! Willst du mitmachen, hä? Weiß ich nicht! Kommt drauf an was? Das ist äh... Singleplayer! Singleplayer! Was ist denn das? Kenn ich nicht mehr! Kennst du nicht mehr, ne? Nein! Ja, ist so ein ganz wildes Zeug irgendwie! Was Neues, oder wie? Ne, altes Zeug! Neues, altes Zeug! So, ein Stack! Ach, ein bisschen was brauchen wir noch! Gibt es die Höhle hier noch? Der Leidenberg greift mein Stinky an! Ist sonst noch fucking dabei? Ja! So, ich bringe uns jetzt dann ganz viele Batterien mit! Ausloggen können wir uns ja auch dann in der anderen Dimension, sollte ja kein Problem sein! Ich bin jetzt hoffen kann man das, ja! Boah, ist der Mond hell! Ist wirklich dunkel bei dir? Mh... Bei mir hier gerade unter der Erde auch! Das ist ja lustig! Unter der Erde ist es dunkel! Ja! In meinem Loch! Dich hätte ich es ja nicht gedacht, ne? Nicht? Schade! So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Cobblestone! Cobblestone! Ich bräuchte mal so einen Mining Laser oder so! Gibt es hier sicherlich auch! Mit zwischendurch alles! Hallo, morph mich doch bitte mal zurück, danke! Morph says no! Morph says no! Morph vom Orph! Zack, 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 zack! So, wie viel Cobblestone haben wir denn jetzt? 64, äh, ein bisschen noch! Noch 20! Und dann? Und dann komme ich zu dir und dann mache ich uns, glaube ich, so an die 200 Batterien! Yay! Und dann können wir brutzeln bis, äh, zum geht nicht mehr! Bis der Arzt kommt! Jep! Dann können wir alles grillen! Vielleicht sollten wir uns auch mal stärkere Waffen oder so machen, oder, keine Ahnung, stärkere Rüstung, oder? Ich dachte, wir wären stärker genug, was wir haben, ich habe keine Ahnung! Äh, anscheinend ja nicht, denn, äh, wenn so ein Nightmare kommt, sind wir instant down! Ja! So, einmal hier raus! Und dann ab in deine Richtung! Ich weiß ja, wo ich wohne! Ja, ja, ich habe, ich habe schon wieder ein anderes kleines Problem, ne? Was denn? Ich hatte heute die ganze Zeit über 30 FPS, ne? Ja! Und jetzt sind es wieder 10, aber das könnte vielleicht auch an unseren Ameisen liegen! Gucken wir mal in der neuen Dimension! Also jetzt erst mal 5! Beim Blind wie ne, wie ne, wie, 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 wie sonst was? Und habe hier direkt nen Nightmare, der mich haut! Ne, doch nicht! War ne Crap! Das ist beim Dimensionswechsel so, weil jetzt ruhig auch mal wieder... Was machst du da drauf? Krach, Alter! Ey, du wie hast hier alles in die Luft? Hilfe! Hilfe! Mach die Tür gleich zu, mach die Tür gleich zu, mach die Tür gleich zu! Was kommt denn? Nightmare! Ja und, warum bringst du den nicht um? Ich hab ja nix! Ich kill den! So! Äh, Batteries! Hier kein Nightmare! Cobblestone! Gravel! Ich schick kein Nightmare! Scheiße, ich hab keinen Dreck mitgenommen! Warte, ich guck... Ja, Dreck haben wir doch hier genug! Ich hab A18 hier! Ich brauch ein Stack! Ja, dann fahren wir halt hier Dreck! Äh... Warte mal! Ne, mach mal... Was machst du da? Ja, zum Dreck! Warte, jetzt mal... Du unterhüllst unser ganzes Haus! Aber natürlich! Bestellt doch keinen! Äh... Was hab ich denn hier? Wirklich? Ist hier schon Bedrock? Jaja, hier ist nicht viel! Das ist doch ne... Das ist ne Ultra-Flat-Land hier quasi! Der Wahnsinn! Der Wahnsinn! Der Wahnsinn! Der Wahnsinn! Da kannst du ja nicht mal sagen, du buddelst dich irgendwie ein oder sonst irgendwas, ne? Ne... Hier geht nix ein, buddeln! Tudamm! Tudamm! Batterien kannst du noch nächstes Mal machen! Ich würd sagen, wir hören jetzt auf! Ja, ich hab schon genügend für ein Stack! Okay! Die crafte ich jetzt noch kurz, weil sonst vergesse ich das wieder! Äh, sollte vielleicht vorab gleich mal ein bisschen Platz hier schaffen! So! So! Sollte vorerst mal reichen! Äh... Wie war das jetzt nochmal? Ich muss mir doch jedes Mal das Rezept wieder reinziehen! So! Gravel! Baue mich noch mit... Mit... Mit Betten ein! Wo ist das halt? Äh... Ja! Ich mach uns ne Batteriekiste! Okay! So! Dann den Rest noch! Das war ja quasi... Das hier! Ich hab hinten übrigens ganz viele Kisten schon aufgestellt, ne? Hier hinten ist unser Lagerraum quasi! Okay! Wenn du schon nicht hier dran wohnen willst, dann wird's wenigstens ein Lagerraum! Ah! Okay! Ich versteh schon! So! Du kannst mal reingucken, ein paar sind drin! Ach! Dann nehm ich mir jetzt mal gleich zwei Stück! Zwei? So! Ich würd sagen, jetzt locken wir uns aus! Wir sehen uns das nächste Mal bei Crazy Craft! Bis dann! Wenn wir uns wieder irgendein Schwachsinn einfallen lassen! Genau! Tschüss! Tschüss!